Das ist ja mal mega geil, Alter. Boah, Gott. Nee, okay, hochkommen. Hochkommen dauert es. Zu lange. Aua! Aua! Oh! Wie viel Schaden hast du eigentlich bekommen gerade? Ich hab vier Herzens. Ach, du nicht, oder was? Ich hab kein bisschen Schaden bekommen. Ich glaub, wir müssen die Decke noch einzubauen. Weil du fliegst da richtig runter. Oder wir machen es langsam. Warte mal. Diamant. Stücke, Axt. Bist du Diamant, Axt? Nee, Diamant, Axt, dann verzaure ich dir jetzt auf Effizienz. Mach schau. Wann kann ich so schnell? Ich hab 28 live. Äh, 28 Erfahrung. Sind 32. Ne, warte mal. Ah, ne, schwarze Farbe und mit Tintensack, ne? Effizienz 2. Was bringt dir bitte Farbe? Du kannst, äh, die Waffenfarbe ändern. Neu. Aber ich brauch, äh, ein Lappes Lars, Willi. Hast du vielleicht eventuell. Wie viel hab ich ja? Ich hab so ein Stack von 12. Ja, gib mir die 12 einfach. Drei, 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 drei. Sind doch 12. Äh. Ach so. Pfff. Ich bin nicht so. Ich muss gleich mal auf Monsterjagd gehen und irgendwie noch zwei Erfahrungen sammeln. Hä? Kannst du dich noch zaubern? Ah, jetzt. Was? Ah, die müssen das Lappes Lars wieder zeigen, ne? Ne, echt? Pfff. Pfff. Pfff, daran hab ich den ganzen Tag gedacht. Pfff. Alter. Ich kann's nicht nochmal verzaubern. Bastard, alter. Ach, ich wär schon wieder so ein Schweinebär, man. Wie kann ich eigentlich öfters verzaubern? Gar nicht. Kannst du nur mit Büchern noch einen extra Effekt hinzufügen. Ach, das ist halt fast da. Ey, da muss ich noch ein Buch verzaubern, aber effizient so nur. Ach, Junge. Warte, hier. Ja, deswegen würde ich immer Bücher nehmen und dann einen Mambus bauen. Jetzt gibst du mir den Rest wieder? Digga, da hätt ich dir auch nur einen Geben brauchen. Pff. Pff.